Das ist lockend. Reiß ich ihn. Das ist alles. So, ich bitte. Warte, einmal abbeißen. Und das jetzt nochmal rein. Nicht kauen. Nicht kauen. Du sollst nicht abbeißen. Einfach jetzt rein. Einmal abbeißen das so. Jetzt rein. Warum? Ja, siehste mal. Ich gucke hier die Kamera. Sag mal, Salatschlüssel? Hm? Jetzt, du mal rein jetzt. Nicht kauen vorher. Es war 16, aber es geht nicht. Er hat die ganze Zeit zwischendurch gebissen. Mh. Ja? Ja.